so hallo leute willkommen zurück zu let's play Sherlock Holmes Jagd Arsene Luper wir sind jetzt der einäugige unter die ganzen blinden das war nämlich die vorstellung von Sherlock Holmes zu Inspektor Lestrade nicht zu berichten so wir suchen jetzt hier in rolle von den mann der Scotland Yacht ab nach nötigen Fluchtwegen und somitlichen Geheimnissen kann der auch was sagen zu den Büchern Kunstbanause im wahrsten Sinne des Wortes Kunstbanause schockierend dass manche Künstler darauf bestehen mit verbundenen Augen zu malen ja da gebe ich ihm recht aber das kann man nicht was sagt denn der zu Napoleon das würde mich jetzt interessieren Wer hat denn das gemalt? Ein Maler war das bestimmt nicht Na gut Kunst kann sie verschieden finden Nein, keine Ausgänge auf dieser Seite, nichts Und das wäre jetzt die letzte Vatertümmere Dieser Kerl muss sturzbetrunken gewesen sein, als er das gemalt hat Nein, keine Ausgänge auf dieser Seite, nichts Also der und sein Kunstvermögen, da verfüge ich selbst ich einen Kunstverstand und ich würde kaum noch die Mona, ich würde wahrscheinlich gerade die Mona Lisa und Albrecht von Dürer geben Nein, keine Ausgänge auf dieser Seite, nichts Oder vielleicht von Icho Yono oder wie der heißt Mein Lieblingskünstler im Japanisch, ist ein Japaner, ehrlich gesagt Ja, nein, kein Ausgang, ist ein Japaner Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein Wie heißt denn der? Der macht ganz coole Fantasy Bilder in der Fantasy Art mit meistens als Frauen als Motiv Ich liebe seine Bilder, ehrlich gesagt Nicht wegen den weiblichen Hauptmotiven, sondern weil er wirklich viel nutzt Nein Zum Beispiel malt er eine Bogenschützin oder einen Einen In dieser Kammer ist es dunkel Sehr gut Keine Fenster, kein möglicher Einstieg Da tut er eher Zum Beispiel auch eine Frau mit Skelett und sowas darstellen oder einen Drachen malen Und die Kunst ist wirklich genial Vielleicht Richio Anasoto Ich weiß es jetzt nicht Habe ich mir den Namen aufgeschrieben? Moment mal Die Freitermine Nein Habe ich mir leider nicht Zu Facebook nochmal Habe ich leider nicht aufgeschrieben Tut mir leid Aber er macht ganz bestimmte japanische Kunst Wir sind jetzt hier im Restaurant Traum Aha Hier käme man rein Wenn jemand hier vom Dach herunter stiege Bräuchte er aber sehr lange Und leise wäre es auch nicht Ich sollte trotzdem einen Polizisten hier abstellen Der bei verdächtigen Bewegungen auf dem Dach Alarm schlägt Arsène Lupin Ich bin ihnen auf den Fersen Ja das ist doch schon mal sehr schön Dass wir Arsène Lupin auf die Fersen sind Apropos Arsène Lupin auf die Fersen Ähm ja Inspektor Lestrade Wurde von Holmes ja Der Einäutige unter die ganzen Blinden In der Studie von Sherlock Roth Den ersten Sherlock Holmes Fall Beschrieben Weil Weil er Im Gegensatz zu den Normalerweise Tempeln Das Scotland Yards Ein Mann ist Der verschieden arbeitet Der wenigstens noch Einen richtigen Sinn hat Fürs Verbrechen bekämpfen Und sowas Ein sehr gesehener Charakter Um diese Tür aufzukriegen Bräuchten wir eine Kanone Das Schloss ist zu groß Um es aufzubrechen Und ich werde einen Polizisten hier postieren Wenn Lupin kommt Dann sicher nicht durch diese Tür Was mich interessieren würde Warum kriegt man die Kiste hier nicht auf? Hm Vielleicht später Gut Ich glaube ich könnte meinen Bericht Jetzt zum Direktor gehen Zum Lahr Direktore gehen Überanstrengen Sie Ihren Kopf nur nicht Er ist ein bisschen auch eitel Das muss man schon sagen Ich sorge dafür Dass es keine Fenster Und somit keinen Weg hinein gibt Hm Tun Sie Ihre Arbeit Ich zeichne Ihnen eine Karte Inspektor Warten Sie auf heute Nacht So Der Direktor und sein Gehilfe sind weg Jetzt sind wir am Zug Dieser angekündigte Raub Ist vielleicht nur ein Plumper Schwindel Aber falls nicht Werden wir vorbereitet sein Und dieser Lupin wird uns direkt in die Hände spielen Ich werde den Haupteingang zum Museum abschließen Und Sie bleiben hier Jeffreys hat Dienst am Trafalgar Square Und das Hauptquartier ist gleich in der Nähe Also kein Grund zur Sorge Sie, Hamilton, gehen im Restaurationsraum in Position Und verstecken sich unter der Dachluke Wir werden die Türen verschließen Aber Sie erhalten Schlüssel Bleiben Sie in Deckung Und dunkeln Sie Ihre Lampe ab Damit Sie niemand vom Dach aus entdecken kann Sie lockert Schieben neben dem Gemälde Wache Sobald Ihnen etwas verdächtig vorkommt Gehen Sie zum Eingang hinunter Und schlagen Alarm Die Wände sind sehr dick Daher empfehle ich Ihnen die Pfeife zu benutzen Sollte es Ärger geben Erwerte ich, dass Sie präzise feuern Wenn auch nur eines der Bilder einen Kratzer abbekommt Werden selbst Ihre Urenkel noch an Ihren Schulden zu knabbern haben Sie müssen mit Ihren Laternen auskommen Gas wäre zu teuer Also los Männer Bewahren Sie einen kühlen Kopf Gegen 4 Uhr werden Sie abgelöst Tja Als Polizei des Londoners Scotland Gards Hört man schwer Was ist denn das? Ein Zug WTF? WTF? Ist der Typ reingekommen? Und was tut er verwenden? Na los streitsüchtiger Knacker! An die Arbeit! Was war das? War das etwa schon Lepors Angriff? Wenn das Lepors Angriff schon war Dann Ist das krass Wie ist der reingekommen? Das wird mich interessieren 15. Juli 15. Juli Ja 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 Wenn wir nicht mehr Männer Wenn wir nicht mehr Männer abstellen sollen Um das Gemälde zu beschützen Hm Zu so frühen Zu so früher Stunde wird eine Droschke schwer zu bekommen sein und Billy unser Page ist krank Wären Sie so freundlich ein Gefährt für uns zu besorgen Watson? Dann kann ich noch einmal in Ruhe den Brief durchlesen Gestern war ich noch Doktor Heute bin ich Diener Ja das sind Karrieresprünge mein Freund So haben wir den Brief zufällig Ja ganz toll 15. Juli 1895 Hm wir haben da bloß den Brief von Lepors Also werden wir Uns eine Droschke suchen Aber wie ist Lepors reingekommen? Oh da ist ja ein Droschke Was wird hier jetzt? Haben Sie Feuer? Nein tut mir leid Wohnt Sherlock Holmes in diesem Haus? In der Tat Kennen Sie ihn? Ja ich habe die Ehre Ich gehe ihm zur Hand Wichtige Dinge Wie Droschken ausfindig zu machen Dachte ich es mir doch Und Sie sind sein Diener Und? Werden Sie gut bezahlt? Ich bin aber Naja damit kommt man sicher auch auf keinen grünen Zweig Hören Sie man munkelt dass Ihr Chef eine ziemlich üble Nacht in diesem Gemälde Museum erwartet Woher Wissen? Schhhh Hören Sie wenn Sie Ihr Taschengeld aufbessern wollen Hier ist meine Karte Pierce Arkhat Allen Das bin ich Freier Reporter Wenn Sie also aus dem Nähkästchen plaudern soll mir das etwas wert sein Sie finden mich in einer der Kneipen in der Gegend Ich bin nicht zu übersehen Wenn Holmes herausfindet Dass die Presse Lunte gerochen hat Geht er in die Luft Also reden wir besser nicht darüber Pierce Arkhat Allen Habe ich mir Arkhat Allen Habe ich mir gerade mal aufgeschrieben Genauso wie Horace Wellmont Jeder der mir verdächtig ist Wird von mir aufgeschrieben Ich habe jetzt Paulineur aufgeschrieben Pointer Der letzte Vater Temarell Horace Wellmont Und jetzt Pierce Uwe Quatt Allen Ich schreibe mir mal die ganzen Personen und Sachen die wichtig sein können auf Ah eine Droschke Jetzt müssen wir Holmes finden Und uns auf den Weg zur National Gallery machen Nichts leichter ist das Doktorchen Na ganz schön Jetzt wird es interessant Was hat Lupin angestellt Wie ist er reingekommen Endlich sind Sie da, Hopes Wir haben nichts angerührt Außer einer Leiter die wir brauchten Um auf das Dach zu klettern Sie haben sicher meine Nachricht erhalten Das Gemälde wurde gestohlen Was er nicht sagt Die Fakten Und warum trägt das jetzt ein Schloss die Kiste Keine Ahnung Haben ihre Männer Haben ihre Männer irgendetwas bemerkt Um ehrlich zu sein So gut wie nichts Sie konnten nichts tun Wir wissen nur, dass es zwei recht durchtrainierte Männer waren, die den Raub begangen haben Wir wissen nicht, ob die beiden Diebe außer diesem einen Gemälde noch etwas anderes entwendet haben Sie haben das Museum, wie soll ich sagen, umgestaltet Die Gemälde eines französischen Malers hängen jetzt überall an den Wänden Und die ursprünglich dort ausgestellten Werke befinden sich im Büro des Direktors Mhm Was ist geschehen? Haben Sie eine Ahnung, was geschehen ist? Äh, also nicht wirklich Aber ich habe nachgedacht Wir wissen, dass die beiden Männer durch das Fenster im Restaurationsraum entkommen sind Der zweite Mann ist dort eingestiegen Der erste Mann befand sich aber bereits im Museum Noch bevor sein Komplize eintraf Ich hatte sogar einen Mann in diesem Raum postiert Und er hatte ihn nur einen Moment verlassen, um meine Befehle entgegenzunehmen Der erste Mann konnte unmöglich durch das Fenster eindringen Wir hätten ihn gesehen oder zumindest gehört Die Männer im Gebäude bestätigen, dass niemand durch den Eingang gekommen ist, bis der Alarm ausgelöst wurde Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten Wie ist dieser Mann nur hereingekommen, frage ich Sie Nun, wenn Sie das Unmögliche ausgeschlossen haben, Lestrade, ist das, was übrig bleibt Wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, die Antwort auf Ihre Frage Mhm, Direktor Wie ist der hereingekommen? Ich frage mich das auch gerade Wo sind der Direktor und sein Assistent? Sie sind beide im Büro Gehen Sie behutsam mit dem Direktor um Er steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch Ach übrigens Im Büro gibt es überall Farbspuren Ich habe angeordnet, dass keiner die Spuren berührt, bis Sie sie in Augenschein genommen haben Sie machen wirklich Fortschritt, Lestrade Oh, diese Hassliebe Hm, ich werde die Nachbarn befragen Vielleicht hat jemand ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert gesehen, das vom Dach herabgeglitten ist Watson, begleiten Sie Inspektor Lestrade Überprüfen Sie das Dach und unterstützen Sie ihn bei den Vernehmungen Achten Sie auf jede Einzelheit, das spart uns kostbare Zeit Sie können sich auf mich verlassen, Holmes Sehr schön, dass wir uns wenigstens auf Watson verlassen können So, warum ist da jetzt ein Sicherheitsschloss? Das ist ein Kombinationsschloss, eine französische Marke Es sieht sehr massiv aus, man kann es unmöglich ohne die Kombination öffnen Da war doch gestern kein Schloss, hat Lupin irgendwie eine Kiste zum Verstecken genutzt oder sowas Na ja, schauen wir doch einmal Wie sehr die Schmierfinken Schmierfinkel Und ich sehe schon die grässlichen Gonswecke Guten Tag, Sie Herren Ach, Mr. Holmes, welch eine Tragödie Haben Sie gesehen, was diese Gauner meinem Museum angetan haben? Gemälde von unschätzbarem Wert wurden achtlos aufeinander geworfen Und die letzte Fahrt der Temerär Der Diebstahl Beruhigen Sie sich, Herr Direktor Wurde außer diesem Gemälde noch etwas anderes entwendet? Der Direktor und ich versuchen gerade eine Bestandsaufnahme der abgehängten Bilder zu machen Wir sind noch nicht sicher Gut, dann verabschiede ich mich Vielen Dank, meine Herren Gut, wir sind hier, falls Sie noch Fragen haben Kommen Sie, Palinor Machen wir uns wieder an die Arbeit Hm Dann schauen wir doch einmal Was haben wir denn hier alles? Ich würde mir am liebsten mal als erstes Was ist denn das für ein Gekrakel? Das ist eine riesige Hm, ein perfektes Beispiel für Neokretinismus Ein Valmont aus der Genesungsperiode Ist der Dürer etwa Wir sind schon in der German Nein, wir sind in der Spanischen Also ich muss sagen Wie schrecklich Da muss ich sagen Manche Kinder Manche Kinder Der Manner dieses Bildes wollte die totale Ablehnung des Ästhetizismus darstellen Und das hat er geschafft Ähm, was wollte ich sagen Die waren Manche Künstler Wurde vorbehauptet Dass die Dass die sich mit Katzen oder sowas die Bilder machen Hm, ein perfektes Dass die Künstler eine Katze mit Katzen schweifen und sowas Malen Und es gibt auch ein Zitat von Alligator, das ich her hervortreten lasse Es sieht aus, als würde man Als hätte man in Kacke getunkt Das ist abstrakte Kunst Selbstbildnis von Horace Velmont Hm, ein bisschen narzisstisch, oder? Mhm, das würde ich auch meinen Man glückt das nicht alles Beschlossen Was sollte hier eigentlich offen sein? Wie ist denn eigentlich das? Jacques Cassotte Porträt von Jean-Baptiste Perronaut Geboren um 1715 Gestorben 1783 Das ist doch jetzt ein Ernst, oder? Für einen Maler hat Velmont einen ungewöhnlichen Geschmack Der Maler dieses Bild Das ist keine Kunst mehr Der Maler dieses Bildes wollte die totale Ablehnung des Ästhetizismus darstellen Und das hat er geschafft Das ist doch keine Kunst mehr Das ist... Das gehört eigentlich gestraft Und was bist du für ein Kerlchen? Abscheulich dieses Gemälde Ein runder, roter Rahmen mit etwas Grün in der Mitte Was mag nur die Inspiration für dieses Gemälde gewesen sein? Keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Hier irgendwo war doch das Gemälde Wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, oder bin ich hier falsch? Niederländische Galerie Oh, wir sind in der Niederländischen, das ist interessant Ist das auch ein Kunst... Das ist aber jetzt kein Kunstwerk von Velmont Hm, ein perfekter... Doch, weil das sieht eigentlich noch zu gut... Das sieht eigentlich noch gut aus Winterszene mit Eisläufern vor einer Burg Von Averkamp 1585 bis 1634 Einem der größten Maler der niederländischen Schule des 17. Jahrhunderts Er hatte sich auf Winterszenen spezialisiert Ursprünglich war das Gemälde ein Quadrat Aber trotzdem sieht es so schön aus Meine Güte, hier schauen manche Bilder aus, als hätte man sie in Kakte getrunkt Wie schrecklich Das sehe ich auch, ehrlich gesagt Ähm, Erkan und Stefan Zitat Wir hatten auch so früher Kunst So mit Hammer So mit Pinsel Farbe Joghurtbecher Plastik Haben wir alles auf den Boden geschickt Und die Leit... Haben wir alles auf den Boden geschickt Und haben die Leiterin des Aggressions rumgekickt Sie hat sich da drum gewählt und hat geschrien Das ist Kunst Das ist Kunst Das ist Kunst Ist das der Direktor? Sir Pointer, der Museumsdirektor wird hier ausgestellt Wie amüsant Ja, das ist tatsächlich amüsant Aber ich weiß nicht, ob so eine Kunstverschwendung ehrlich gesagt amüsant ist Hier verliert man so schnell den Überblick Die Galerie mit den italienischen Werken Sehen wir bei die Italiener Sehr schön Was ist denn das? Auf den Boden wurde ein großes rotes Quadrat gemalt Wahrscheinlich von Lupin Aber mit welcher Absicht? Das werden wir vielleicht hier rausfinden Was ist hier in dem Raum drin? Hier ist es zu dunkel, ich kann nichts sehen Das ist ihm zu dunkel Braucht Jetzt habe ich es weggeklickt Hier hat hier Listrad Wache gehalten Optimal zu fassen, wenn man vom Oberlicht aus springt Hier hat Listrad Hier hat der Listrad Moment mal, was haben wir denn hier? Die Person, die diese Fußspuren hinterlassen hat, ist mit ihrem ganzen Fuß in die Farbe getreten Schauen wir uns doch mal die Fußspuren an Das sind Fußspuren von gewöhnlichen Arbeitsstiefeln Das sind Fußspuren von gewöhnlichen Arbeitsstiefeln Hier ist es nicht messen und warum nicht? Warum wird er das jetzt nicht gemessen? was hat dazu hat er jetzt so was gesagt ganz toll jetzt hat es kurz irgendwie gehängt optimal zu habe ich nicht die schuhgröße mitbekommen ganz toll gehen wir mal den spur nach vielleicht bringt es uns was ach du scheiße leute ich mach mal kurzen aufnahmen so jetzt was hat der jack in der zeit kurz gemacht seine jalousie runter gelassen es ist nämlich nervig wie gerade die sonne mir ins gesicht blendet immer schön weiter auf die fuhrspuren achten so was sind wir denn jetzt jetzt sind wir da moment einmal der maler ist doch was wenn dieser moment damit mal was zu tun hat fuhrspuren da schauen wir doch einmal nach entweder hat der typ rüsen füße oder diese fuhrspuren haben größe 43 das war jetzt vorerst wollen und 43 schreibt man jetzt einmal aus also ich bin mir sicher dass einer lupin war und das andere sagen wir mal komplize also volmont hat 43 und was dazu noch das sind schuhe mit biegsamen rutschfesten leder sohlen aus frankreich das profil ist unverkennbar das sind ohne zweifel die schuhe dieses französischen malers orace velmont gut dann haben wir da schon mal die fuhrspuren der teppich ist blöd weil da kann ich kann jetzt die fußspuren nicht mehr verfolgen also hier sind noch irgendwo welche leichte tappen zu finden was sagte ich denn gerade leichte tappen immer schön weiter 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 die farbspuren kommen aus dem museum und enden hier das ist merkwürdig aber ich wette dass der mann der diese fußspuren hinterlassen hat hier eine pause gemacht hat um sich an der wand etwas anzusehen aber an diesen gemälden ist nichts besonderes nichts besonderes das sind doch kronjuwelen oder wie die dinge heißen ähm ja leute leider hat sich die uhr wieder gemeldet mal mir fällt auch nicht ein wie wir jetzt weiter vorgehen können ich würde sagen im nächsten part suchen wir mal die fußspuren wieder auf auf was sind denn jetzt hier die fußspuren die führen hier raus zwar aber wohin ich bin hier runter auf den keppich die müssen doch hier irgendwo auch zu sehen sein fußspuren da mhm schauen wir uns doch die hier mal an dieser fußabdruck ist sehr deutlich wie ein eingedrückter fußstapfen dieser fußabdruck ist eher schwach der mann der diese fußspuren hinterlassen hat ist zurückgekommen er hat etwas schweres getragen als er diese treppe hochgestiegen ist vermutlich gemälde die fußabdruck liegt die größe 45 ich weiß nicht wer die 45 hat aber schauen wir mal mal schauen also leute sehen wir uns dann im nächsten pfad von let's play sherlock holmes jagd aus 10 lupin wieder schauen reingehauen und servus